Über Geld spricht man nicht? Wir heute schon. Herzlich willkommen zum Videonewsletter in dieser Woche zwischen den Jahren. Heute geht es also ums Geld, um Spenden. Wir als Gemeinde leben von euren Zuwendungen. Und wir lassen drei Menschen zu Wort kommen, die uns erzählen, warum es ihnen wichtig ist, ihre Gemeinde hier vor Ort zu unterstützen. Mein Name ist David Bitterling. Ich lebe seit einem Jahr mit meiner Familie in Genf. Und ich unterstütze die deutsche Gemeinde Genf, weil es mir wichtig ist, dass meine Kinder einen deutschsprachigen Kindergottesdienst bekommen, dass wir hier tief im französischen Europa einen deutschen Gottesdienst haben, dass wir Anschluss haben, kurz eine Heimat gefunden haben hier in Genf. Eine Heimat, die ich schützen und unterstützen möchte mit meiner Spende. Ich spende gerne für die Lutherische Kirche, weil sie uns sehr viel bedeutet auch für unseren Alltag in Genf. Und weil es natürlich auch Gruppen gibt, die interessant sind für mich und für andere Gemeindeglieder, zum Beispiel den Gesprächskreis, den Diakonieausschuss und den Treffpunktgemeinde auch vor allen Dingen. Und ja, das sind so die Hauptschwerpunkte, würde ich sagen. Und die Gottesdienste sind sehr schön, sehr erbaulich und bringen einem wirklich wertvolle Hilfe für den Alltag. Für mich ist unsere Kirchengemeinde ein Ort gelebter Gemeinschaft und des offenen Austausches und Dialogs. Hier treffe ich Menschen, die füreinander da sind. All das ist mir inzwischen zu einer Herzensangelegenheit geworden. Was ich super finde, ist die Vielfalt in der Gemeinde mit der Jugendarbeit, mit der Kirchenmusik, mit dem Chor, dem Besuchsdienstkreis. Da ist echt viel los. Und all das wird zu 100 Prozent von unseren Spenden und unserem Beitrag finanziert. Dabei zählt jeder Beitrag. Und so können wir gemeinsam auch die Zukunft unserer Gemeinde gestalten. Das waren viele gute Gründe, unsere lutherische Gemeinde hier in Genf zu unterstützen. Und so schließe ich mit einem Bibelwort des Apostels Paulus. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und umso mehr freuen wir uns also, wenn ihr hier unten diese Spendenverbindung nutzt und uns unterstützt und damit zum Ausdruck bringt, unsere Arbeit ist wichtig, die wir hier für die Menschen vor Ort in Genf tun.